Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gewinnspiel hier auf Marama Crew. Ja, wir befinden uns jetzt auf unserer neuen Seite, bei dieser nur Gewinnspiele stattfinden werden. Und ja, es ist eins jetzt momentan am Laufen. Wir verlinken euch natürlich die Seite und die wird dann auch nochmal bei unserem Banner von YouTube auch nochmal verlinkt. Unten rechts ist das Ganze dann, wo auch Facebook, Instagram und sonstiges ist. Und ja, so wird man also begrüßt. Herzlich willkommen auf unserer Farmerama Gewinnspielseite. Das alles haben wir hier selber designt und so. Also hat uns keiner geholfen oder sonst was. Hier sehen wir schon einen Zähler, damit wir wissen, wie gut denn die Seite überhaupt ankommt. Und ja, auch hier von Farmerama Crew, das heißt, dass wir diese Seite hier erstellt haben. Hier ist noch ein kleiner Fehler, da müssen wir nochmal hinschreiben, also wenn man da draufklickt, dass man zu unserem Kanal gelangt. Es gibt noch Kleinigkeiten, die man verbessern müssen. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erstmal den Gewinnspielkalender an. Ja, hier seht ihr dann, wann ein neues Gewinnspiel beginnt und wie lang das dann auch gehen wird. Und hier sehen wir schon ein Mini-Gewinnspiel. Da wird es dann nur einen Preis geben, irgendein Handwerksprodukt, nichts Besonderes. Und da muss man dann wahrscheinlich nur seinen Nicknamen angeben und mehr nicht. Und das wird dann einfach ausgelost. Ja, die Gewinnspiele finden über die Seite statt. Und wir machen immer ein neues Video, wenn ein neues Gewinnspiel startet. Und über das offizielle Forum unter inoffizielle Gewinnspiele. Ja, also es werden zwei große Gewinnspiele stattfinden im Monat Januar. Die Uni bin ich jetzt schon, Januar 2017. Und dann immer wieder ein Mini-Gewinnspiel. Da kann man noch nicht reinklicken, dass das Ganze ist noch an Arbeit. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zum Gewinnspiel rüber. Hier sehen wir schon das Ganze. Schaut auf jeden Fall richtig geil aus, finde ich. Ich bin so zufrieden. Und ich würde sagen, fangen wir mal mit den Preisen an. Folgendes gibt es zu gewinnen. Und der erste Platz bekommt ein kleines Paket mit Gelierzucker. Das schicken wir ihm dann 50 Stück. Also ich finde das schon heftig. Wir müssen dafür auch 10 Turrkohlen zahlen. Wir kriegen das Ganze nicht gesponsert. Muss man auch nochmal dazu sagen. Und ja. Dann Toter Platz. Süße Rosenmarmelade. Auch wenn ihr auf die Bilder drauf geht, seht ihr dann den Namen. Weil wir das jetzt nicht hinschreiben wollten, weil es uns nicht so schön aussieht. Also Toter Platz, süße Rosenmarmelade. Dann dritter Platz, Karotten, Apfel, Schutney. Vierter Platz, die Kürbismarmelade. Und fünfter Platz, pinke Chili. Also ich finde die Preise richtig geil. Vor allem den ersten. So, was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst einfach dieses Formular ausfüllen. Und die Frage lautet, wie hoch liegt mein aktueller, also Charlie 2805, wie hoch liegt mein aktueller Rekordballonschießen? A 1240, B 1380 oder C 1120. Schickt uns die Antwort per Eule oder über das Formular. Wir würden uns freuen, wenn ihr das Ganze über das Formular macht. Dann müsst ihr dann einfach euren Nicknamen angeben. Keine ID, nur eure Nicknamen. Und dann ankreuzen, was ihr denkt. Ihr müsst also raten. Und dann werden die Gewinner natürlich ausgelost. Das Gewinnspiel endet am 8.1. Und falls ihr uns das Ganze der Eule schicken wollt, dann bitte an Pharma-Rama-Crew. Ja, gibt eigentlich nichts mehr zu sagen. Gewinnspiel endet am 8.1. Und ja, dann würde ich sagen, war's das mit diesem Video. Wir würden uns freuen, wenn ihr teilnehmen würdet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.